Die meisten Geschwister suchen die Zufriedenheit von Menschen und diese Zufriedenheit bekommt man nie, Achill Kariyam. Aber egal was du mit Menschen machst, die Menschen werden nie mit dir zufrieden sein. Kann sein, dass jemand mit dir zufrieden ist, aber die Mehrheit, egal was du mit denen gemacht hast, die werden nie mit dir zufrieden sein. Deshalb, liebe Geschwister, unser Ziel ist, oder die Frage ist, ob Allah Azza wa Jalla mit uns zufrieden ist. Das ist unser Ziel. Und das ist die echte Frage. Warum? Wenn Allah Azza wa Jalla mit dir zufrieden ist, du brauchst niemanden. Wallahi, du brauchst niemanden. Und normalerweise, jeder von uns muss dieses Ziel haben. Und dieses Ziel suchen, dass Allah Azza wa Jalla mit ihm zufrieden ist. Jeder von uns muss dieses Ziel haben, dass Allah Azza wa Jalla mit ihm zufrieden ist.